Microsoft Authentificator oder was? Flo, Microsoft Authentif... Ah, Digga. Ja, Authentif... Digga, du musst schon sagen, was du willst. Ich versteh dich. Ach Gott. Hab ich Brot? Ach was, erst mal ein Bier. Der Arsch hat... So, ich schick sowas gar nicht schnell. Hab ich Brot? Ja, erst mal ein Bier. Man muss Prioritäten im Leben setzen. Und ich sollte... Wie, Maybe Up? Da gehen die Keime und Bakterien schneller raus. Mit Bier? Ja. Ah. Cola wollte ich noch haben. Auch für die Nieren? Nein. Für meinen Wodka. Wodka mit Cola. Sie hat das Leben so durchgespielt, ne? Das ist Level 100 Grandmaster, Digga. Hallo, Inge. 16 Jahre. Achso, ich dachte, wie die arbeitet. Ja. Geh mal zurück, geh mal zurück. Hat die Gala-Tazerei Dings... Was gerade gehabt? Das sind die Gala-Fans. Wie ist denn Ihre Lebensphilosophie? Nimm dir Zeit, aber nicht das Leben. Komm, mach mal. Mach mal noch. Digga, was ist mit dir? Warum lass uns das mal so? Er hat eine ganz falsche Lebensphilosophie am Anfang gesagt. Ich dachte mir, ich spreche dir das nicht aus, Alter. Du alter Power Ranger-Starkes Junge. Junge. Ja, ich werde nicht dran. Uuuuh. 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 Alles okay, Julia. Immer ruhig bleiben, Julia. Was ist da los? Immer ruhig bleiben. Uuuuh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr sagt ich schrei, ne? Ihr sagt ich schrei, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja. Pssst, Julia, pssst. Oh mein Gott. Baba-Taktik, hinten im Tor zu warten. Du musst nur treffen, ne? Einfach. Nur der Songwunsch geht nicht. Die kann man nicht abschicken. Nein, Junge. Wieso hattest du im Tor wirklich nicht halten kannst, Julia? Nein. Lass mich jetzt einfach in Ruhe. Sollen wir doch eine 10 machen, Chad? Was sagt ihr? Ist ja eigentlich auch egal. Ihr könnt ja auch zu viert zocken und ich spiele dann halt mit Leon. Ey, ich wollte dich doch nicht verkaufen, Leon. Jaja, komm, Alter. Das will ich doch niemals machen. Hat schon weh getan, Junge, hat schon weh getan. Ey, will ich niemals machen, Leon. Hallo? Nein, du doch nicht. Oh nein, nicht die Jett, Digga. Hey, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich spiele ja mal so gar nicht. Jett main, by the way. Sage, maybe next time not revive, Jett. Ja, ich meine... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich spiele, Jett, ich spiele. Okay. Not a joke. Hört ihr irgendwelche... ...game bei Chef gerade gar nichts? Also, du auch nichts. Doch, ich höre alles. Warum? Ja, keine Ahnung, Chris. Warum du nicht zählst, ich höre alles. Warum? Digga. Warum? So. Was ich hier überhaupt nicht zeigen? Ich weiß nicht. Nein, Pilot. Weil du zwei.* Ja, ich weiß, ich weiß, Sie haben dir很 Pole. Du sagtest ja, ich meine nie.